Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craftopia. Die Pfeile sind fertig. Das Essen ist fertig. Gleich das nächste reinhauen. So. Wir gehen heute in ein Dungeon mit Level 9 und There's Thumbs to be Treasure in the Area. Okay, gibt's noch Kisten in dem Areal. Nice, nice. Wir gehen in ein Dungeon oder in beide Dungeons. Ich weiß, dass es hier zwei Stück gibt. Und Palim, Palim. Das da einmal. Das muss jetzt natürlich dort hin. So. Die müssen noch da rüber. Ich hätte gerne noch ein zweites Schwert, bevor ich ins Dungeon gehe. Okay. So. Wenn aber auch du Lust hast, mit mir Craftopia zu spielen, ich kann die Welt jederzeit im Multiplayer freigeben und du kannst mit mir zusammen spielen, wenn du das Spiel besitzt und dich an Regeln halten kannst. Dann ist alles kein Problem. Ja, Clay Mission Kategorie. Das machen wir auch gleich noch, bevor wir ins Dungeon gehen. Ich will mir vorher schnell ein zweites Schwert machen. Boah. Äh. Falsch. Hier. Eisenschwert, genau. Ähm. Use to be able. Blablabla. Equip inventory plus 1. Nice, nice. Äh. Das kommt da hin und... Nein. Das war falsch. Das soll eigentlich da hin. Genau. Äh. Das haben wir da unten auf der 1. Passt. Dungeon. Genau. Dungeon, Dungeon, Dungeon. Äh. Das Essen hauen wir auf die 7 und die Lebenspotion auf die 6. Sicher ist sicher. Die holen wir uns später. Oh. Hier gibt's wieder Kupfer. Und ein Bär. Ha. Du kriegst mich nicht. Okay. Eine Quest abgeschlossen. Und Level 10. Geil. Ähm. Ich muss mal ganz kurz... Das ist mir drinnen gerade ein bisschen zu laut. Und da ist ein Goblins. Hey. Jetzt ist die Frage. Kämpfe ich mit dem Zweihandschwert oder mit den zwei Einhändern? Was mir gerade auffällt... Das kommt dort hin. Und... Wir haben hier ein schönes Schwert. 140. Äh. Das hauen wir mal dort hin. Denn für die werde ich, äh... Zwei Schwerter nehmen. Huh. Wow. Oh. Stirbt. Haha. Ey. Bleib hier. Ey. Leute. Hat der mir überhaupt keinen Schaden gemacht? Tatsache. Ist ja cool. Ich bin halt ein Meister am Schwert. Äh. Äh. Kochutensilien. Nehme ich immer dankend an. Ist ja fast wie in Minecraft. Oh wow. Stöcke. Ich hab ernsthaft Stöcke bekommen. Oh mein Gott. Da gab's nix. Haha. Hier gab's ein Level Up. Ähm. Ganz kurz Skill Points. Ähm. Ähm. Hä? Ach so, hier. Brauch ich noch zwei. Dann nehmen wir noch einmal den da und den da. Naja, die hab ich gelootet. Wir sind mit 60 Pfeilen hier drin. Ich weiß, dass es, ähm, drei Endbosse gibt. Einmal ein Golem, eine Schlange und irgend so ein fliegendes Weizel. Keine Ahnung. Elfe, Fee oder irgendwie sowas. Die macht eben Blabla am Koppe. Mal schauen, auf welchen wir hier drinne treffen. Was machst du? Hör auf, auf mich zu kacken, äh. Da kackt der Bomben fest auf mich. Au. Die machen Schaden jetzt komischerweise. Hey. Ah. Wow. Okay, Tors offen. Gun wounds. Batsch. Nice. Baseball-Schläger. Okay. 50 Attack-Damage. Naja, ob wir den nutzen? Und Level 12. Ah, den Skillpunkt verteid ich später erst. So, ähm, Essen ist voll, Leben ist fast voll. Voll, da gucken wir mal. Da ist er. Hey, komm. Komm. Au. Scheiße, ich war zu nah dran. Höh. Au, 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 au. Ah, ich brenne. Und da ist er down. Ähm. Und tschüss. Ja, das haben wir gut gemeistert. Wow. 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 Ähm. Was? Was ist das denn? Couton Canvas. Das kenne ich überhaupt gar nicht. Kann man für zwei Anzüge irgendwas Grünes und irgendwas Blaues nutzen? Ach, das Blaue ist ein Sofa. Oh, cool. Oh, dann wird das Bauen ja richtig Spaß machen. Ich habe eigentlich gehofft, ich kriege eine andere Waffe hier raus. Ah, schade. Schade, schade, Schokolade. Lass mich durch. Oh. 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 Wow. Dort andere Dungeon war doch auch hier irgendwo. Kiste? Ähm. Da. Wenn, dann machen wir gleich zwei Dungeons-Schutz auf einmal in der Folge. Oh. Ein Eimer. Ein Eimer. Ernsthaft? Also, ich bitte euch. Oh. 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 Oh, ein Glas Wasser. Äh. Ein Glas Wasser. Da. Ich weiß, dass es da irgendeine Quest zu gab. Wir können ja mal ganz kurz gucken, ne? Äh. Erstmal das hier. Äh. Nein. Hier. Makeover 500 GB with water. Ich muss 500 Gold mit Wasser machen? Ach, du Scheißen-Dreck. Was bringt denn das Glas Wasser ein? Zehn. Ich muss 5000 machen. Das sind 500 Gläser, die ich verkaufen muss. Warum? Was hat sich der Spieleentwickler dabei gedacht? Aber die Aufgabe kriegen wir auch noch hin. Ähm. Warum leuchtet das Skelett so grün? Egal. Wow. Ey. Ey. Hey. Okay. Tür ging auf. Warum ich noch mal zur Seite gucke? Hier in der Ecke befindet sich gerne mal eine Kiste. Aber irgendwie habe ich da jetzt Pech gehabt. Ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja nicht das letzte Dungeon in dem Spiel. Ich wollte schon sagen, was erwartet uns dieses Mal für ein Endboss, aber... Wir müssen ja noch die Fünfe da... Zwo, vier, fünf... Ja, wegklatschen. Und das machen wir jetzt aber mal mit dem hier. Wow. 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 Das Schwert hat es auf jeden Fall in sich. Na, was erwartet uns hier? Ähm. Voll bin ich soweit. Das passt. Oh, wieder der Golem. Hi. Bist du da was? Hehe. Das geht mit dem recht zügig mit dem Schwert. Ich würde sagen, das ist sogar ein bisschen zu OP für den Anfang. Also, wenn man das nicht gleich zum Anfang kriegen würde oder herstellen könnte, wäre das eigentlich gut. Und ich sehe gerade, wir haben vier Skillpunkte zum Verteilen. Ja. Das lohnt sich alle Male. Ähm. Hey. Ähm. Brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Stein brauche ich nicht. Kupfer brauche ich nicht. Und die Fackel brauche ich auch nicht. Oh. Ein Pfeil. Essen. Ja, komm. Das Schwert wird sowieso wegfliegen, wenn da hinten noch was rauskommt. Ich dürfte, glaube ich, gar keinen Platz mehr haben. Ah, doch, haben wir noch. Hallo, Bärchen. Da warst du tot. Ähm. So weit haben wir jetzt alles abgeschlossen. Das sind Craft, Arzendwürtten. Craft, Iron Ingots schmelzen. Äh. Okay. Eine Washing Machine. Das ist gut. Brauchen wir die nicht craften. Ähm. Craft a small potion. Craft a potion stand. Ja, das werden wir noch machen. Oh, Flügel einfahren. Ich darf nicht schnell fliegen. Sonst geht die Stamina zu schnell runter. Und da liegt die Kacke. Blacktail. Doch irgendwas Kacke. Okay, wir gucken erst mal ganz kurz. Ähm. Das macht 155. Das kommt auf jeden Fall dort hin. Äh. So. Das kommt da mal raus. Dafür kommt das dort hin. Ähm. Das macht 140. Hat einen Minuseffekt. Oh. Das ist bis jetzt gut. 160 ohne irgendeinen Effekt. Und. Ähm. Okay. Dann haben wir hier 140. Max live plus 5. Attack. Attack. Max live plus 4. Äh. Da bleib ich doch bei dem. Äh. Das und das kann weg. Der Baseball. Schläger kann weg. Die können weg. Und die können weg. Und der nicht. Der bleibt. Aber das Schild. Der Stock. Und die zwei Schwerter können dann noch weg. Das bleibt erst mal. Äh. Hier. Ein Potion Stand. Den machen wir aber in der nächsten Folge. Ich hau hier nur noch schnell ein bisschen was rein. Okay. Das haben wir auch erledigt. Äh. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben. Dann lasst Kommentare. Vor allem den Daumen nach oben. Denn der ist sehr wichtig für den YouTube Algorithmus. Und wenn. Ja. Ihr Spaß habt. Das Spiel habt. Euch an Regeln haltet. Mit mir vielleicht zusammen spielen wollt. Dann schreibt mich auf meinem Discord an. Link dazu in der Videobeschreibung. In der Kanalinfo. Überall. Und. Wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann. Bleibt entspannt. Genieß den Tag. Bye. 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 Bye.